Hallo und herzlich willkommen zu Lichtblicke, dem Magazin für Lebensfragen. Es mag Frauen geben, die sich ihren Beruf in der Prostitution freiwillig und selbstbestimmt gewählt haben. Doch die überwiegende Mehrzahl der Frauen, die als Prostituierte arbeitet, wird dazu gezwungen. Nicht nur von Zuhältern, sondern vor allem von ihren Lebensumständen. Es ist ein Geschäft, aus dem betroffene Frauen nicht einfach so aussteigen können. Zu diesem Thema begrüße ich heute bei mir im Studio Prof. Dr. Julia Wege. Sie sind Professorin im Bereich Soziale Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weinberg und sie sind Gründerin und Beirätin der Beratungsstelle Amalie für Prostituierte. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Wege, was hat es denn mit der Beratungsstelle Amalie auf sich? Amalie ist in Mannheim eine Anlaufstelle, eine Beratungsstelle für Frauen, die in der Prostitution arbeiten oder Opfer von Menschenhandel geworden sind und irgendwie Unterstützung und Hilfe benötigen. Es gibt ein Wohnprojekt, es gibt eine ärztliche Sprechstunde und natürlich Hilfe im Alltag. Zu Anfang sagte ich bereits, dass Sie Gründerin sind von Amalie. Wie ist es damals zu der Idee gekommen? Ich hatte tatsächlich im Jahr 2010, schon ein bisschen her, meine Masterthesis zu dem Thema verfasst. Mich hat einfach interessiert, wie geht die Stadt Mannheim, in der ich lebe, mit dem Thema Prostitution um und die Ergebnisse waren einfach derartig schockierend, dass ich erste Ideen gesponnen habe, wie kann eine Beratungsstelle aussehen. Und so kam dann die Diakonie in Mannheim auf mich zu und hat angefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, diese Beratungsstelle umzusetzen. Toll war, dass dann die Stadt Mannheim und das Ministerium mit eingestiegen ist in die Finanzierung, sodass die Beratungsstelle dann 2013 eröffnet werden konnte. Seit Corona sind ja die meisten Bordelle geschlossen. Was bedeutet es denn für die Frauen und auch für die Beratungsstelle Amalie? Also das war natürlich eine große Veränderung für die Frauen, großer Schock, denn unmittelbar haben sie ihre Tätigkeit verloren, auch wenn sie teilweise gezwungen werden oder das nicht freiwillig und selbstbestimmt durchführen können. War das dennoch eine Situation, da waren sie nicht vorbereitet. Sie sind teilweise obdachlos geworden, wussten nicht, wie sie nächste Tage irgendwie überleben können. Es gab viel Anfragen, auch in Bezug auf Lebensmittel. Wir haben einen Tafelladen eingerichtet und Kleiderspenden rausgegeben. Heute kann man aber sagen, dass es natürlich extrem prekär ist und ich glaube, durch die Corona-Krise wurde diese Not auch noch mal sichtbarer. Einige sind auch ins Ausland, ins Herkunftsland wieder zurückgekehrt, arbeiten dort weiter oder haben sogar auch die Corona-Krise genutzt als Chance, um auch aussteigen zu können. Wie viele Frauen werden denn aktuell ungefähr von Amalie betreut regelmäßig? Also es gibt das Wohnprojekt und es gibt die ärztliche Sprechstunde. Also man kann schon sagen, dass so 30 Frauen regulär betreut werden. Es sind natürlich auch Frauen, die schon ausgestiegen sind oder sich noch in dem Prozess befinden oder Frauen, die ja auch Mütter geworden sind, die jetzt mit ihren Kindern in die Beratungsstelle kommen. René ist eine dieser Frauen, die regelmäßig die Hilfe der Beratungsstelle Amalie in Anspruch nimmt. Wir haben uns mit ihr getroffen und ganz offen über ihre Ängste und Sorgen, aber auch über ihre Wünsche und Hoffnungen gesprochen. René ist schon lange Klientin bei der Beratungsstelle Amalie. Mehrmals hat sie den Ausstieg aus der Prostitution geschafft. Doch sie ist häufig auch wieder rückfällig geworden. Ihren aktuellen Status verrät sie nicht. Wie bei René wissen die meisten Familien nicht, was die Frauen machen. Doch was erzählen sie zu Hause? Ich kann in Deutschland arbeiten. Es ist alles besser als hier. Aber über Prostitution reden die nicht. Die reden über ihr. Ich putze. Mein Freund hilft mir aus. Solche Sachen. Die meisten Frauen aus dem Sexmilieu haben einen Migrationshintergrund. Mangelnde Bildung und Deutschkenntnisse führen dazu, dass sie häufig keine Anstellung finden. Die Prostitution scheint eine Alternative, um Geld zu verdienen und die eigene Familie im Ausland zu finanzieren. Die Beratungsstelle Amalie in Mannheim versucht seit fast zehn Jahren, Prostituierten in dieser Zwangslage zu helfen. Sie bietet Schutz und Hilfe in vielerlei Hinsicht, eröffnet Ausstiegsmöglichkeiten. Sie macht ja die ganzen Schritte, dass die Frauen die Sprache lernen. Sei es Deutschkursen, was sie machen müssen. Die ganze Drum und Dran, was ich in meinen Augen andere Beratungs- Wissen nicht anbietet. Ich liebe Amalie. Amalie hat mir jetzt für mich meine glückliche Zeit nahe gebracht. Auch wenn es nicht viel Glückliches in meinem Leben ist. Irgendwas ist das, was die immer, zum Beispiel der Julia. Julia hat mich aufgefangen an dem Tag, wo ich wirklich gedacht habe, ich springe jetzt. Julia Wege, die Gründerin der Beratungsstelle Amalie, hat schon so manche Frau vor dem Untergang gerettet. Von ihr stammt auch die Idee zur Ausstellung Gesichtslos. Sie stellt Frauen aus dem Sexmilieu in den Fokus. Die Gesichtslosen in der Gesellschaft Geächteten bekommen hier eine Stimme. Thema Prostitution ist ja eigentlich nichts Neues. Es wird ja aber viel, ich sage mal, Mekor drauf gemacht. Und es ist ja nichts, wo ich sage, es soll verschönert werden. Es soll ja direkt gezeigt werden, wie das ist. Nicht wie das sein sollte. Und ich finde, der Hype hat echt, 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 echt gut gearbeitet, weil der hat die Wahrheit gezeigt in den Bildern. Darum habe ich mitgemacht. Diese seelische Druck, sei es um Geld zu finden für die Familie, sei es um zu überleben, sei es egal wie, diesen Druck, diese Leben, es macht die Seele krank. Viele Frauen denken ans Aussteigen. Doch das ist nicht so einfach. Ich glaube, viele denken darüber, aber die Möglichkeit, was mache ich danach? Wenn ich jetzt aufhöre, wie bezahle ich meine Miete? Wenn ich jetzt aufhöre, was schicke ich zu meiner Familie? Wenn ich jetzt aufhöre, wo bin ich dann? Das ist die Möglichkeit, wo man denkt, okay, ich mag weiter, obwohl man aussteigen will. Oder ich rede halt nicht darüber. Ich mag einfach weiter, bis ich dann aus der Situation rauskommen kann. Prostitution. Seit 2002 ist sie in Deutschland legal. Seitdem haben Sexarbeiterinnen einen Anspruch auf eine Sozialversicherung. Seit 2017 müssen Prostituierte ihre Tätigkeit anmelden. 2019 registrierten sich so rund 40.000 Personen als Prostituierte. Schätzungen zufolge liegt die Zahl weitaus höher, bei 60.000 bis 200.000 Menschen. In unserer Gesellschaft ist Prostitution immer noch ein Tabuthema. Wie denken die Betroffenen selbst darüber? Wir Frauen müssen doch irgendwann ankommen im Leben. Ohne dass da ist die Mutter, die war gestern Abend in der Lupinerstraße. Was ist mit den Männern, wo die hingehen und f***? Warum zeigt man keine Finger? Die bezahlen denen doch 5 Euro, 20 Euro, 40 Euro. Warum zeigt man keine Finger? Es gibt sie, die Wege aus der Prostitution. Doch sie sind rar und alles andere als einfach. Projekte wie die Beratungsstelle Amalie können helfen. Zusätzlich wäre ein anderer Umgang mit dem Thema Prostitution in Politik und Gesellschaft wünschenswert. Damit Frauen wie René eine Chance im Leben bekommen. Wie vielen Frauen konnten sie denn seit der Gründung von Amalie schon helfen? Zwischenzeitlich sind es sicherlich 90 oder 100 Frauen, die den Weg zu Amalie gefunden haben, die ausgestiegen sind. Aber der Anteil der Frauen, die jetzt in die Beratungsstelle kommen, ins Frauencafé und Arztsprechstunde, liegt natürlich wesentlich höher. Auch gerade über Streetwork können wir mehrere hunderte Frauen jedes Jahr erreichen. Das ist ja diese erste Kontaktaufnahme, um mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. Wie genau gestaltet sich denn so ein Ausstieg? Also ich kann mir jetzt ganz schlecht vorstellen, dass eine ehemalige Prostituierte ihre Tätigkeit in ihren Lebenslauf schreibt. Wie geht man damit um? Ja, das ist sehr schwierig, denn die Tätigkeit ist sehr tabuisiert in der Gesellschaft. Man kann kaum einem Arbeitgeber erklären, was man im Vorfeld gemacht hat. Von daher sind auch solche Ausstiegsprogramme sehr, sehr wichtig. Da gibt es in unterschiedlichen Städten auch EU-geförderte Ausstiegsprogramme. Natürlich muss man erst mal prüfen, ja, was bringt die Frau mit? Was hat die an Ressourcen? In der Regel sind sie wohnungslos, haben keine eigene Wohnung. Da muss man ein Konto beantragen. Dann kann sie im Wohnprojekt vielleicht erst mal aussteigen, stabilisiert werden. Dann wird geprüft, ob ja vielleicht Belastungen oder Traumatisierung vorliegen. Dann vielleicht eine Traumatherapie. Und so muss man sich Stückchen, Stück für Stück eigentlich vorankämpfen und ja, die Frau in dieser Lebenslage auch stabilisieren. Das kann vielleicht drei Monate dauern, das kann aber auch mehrere Monate dauern oder sogar auch Jahre. Von daher ist es sehr schwierig, weil gerade auch die rechtlichen Gegebenheiten sehr komplex sind. Gibt es eigentlich sowas wie eine Rückfallquote? Also sicherlich ist es für die Frauen sehr schwierig, das auch durchzuhalten, weil oftmals kann es auch gut sein, dass ein Zuhälter nicht möchte, dass die Frau aussteigt. Von daher ist es für sie sehr, sehr schwierig, diesen Neubeginn überhaupt zu wagen. Aber so die Erfahrung zeigt schon, dass der Wunsch auszusteigen sehr, sehr groß ist, weil die Verdienstmöglichkeiten sind äußerst gering. Also die Leistungen gehen ab 5 Euro im Stadtteil los oder eben auch, also die illegale Prostitution oder die legale Prostitution ab 25 Euro. Die Steuern sind sehr hoch, auch die Mietpreise pro Tag, ja, 150 Euro, das sind enorme Kosten. Und da sind die Frauen oft in dieser Spirale drin, dass sie da auch gar nicht wissen, wie sie aussteigen können alleine. Von daher sind die Hilfen in ganz Deutschland sehr, sehr wichtig. Im Film wurde auch die Ausstellung gesichtslos angesprochen, die zunächst in Mannheim zu sehen war, die ja auch dazu beitragen soll, dass das Thema Prostitution enttabuisiert wird. Wo kann ich mir denn diese Ausstellung vielleicht nochmal anschauen? Also wir hatten sie ja im Reißengelhorn-Museen gezeigt und jetzt führen wir derzeit viele Gespräche um die Ausstellung auch. Also es ist eine Wanderausstellung, dass sie auch in andere Städte kommt. Derzeit prüfen wir mit der RWU-Hochschule in Ravensburg in Weingarten. Da gibt es sehr großes Interesse. Der Rektor Prof. Spiegel war auch bei der Eröffnung dabei in Mannheim. Und Ziel soll sein, dass wir auch diese Ausstellung in andere Regionen bringen, um das Thema auch nochmal in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Ein großes Thema in diesem Zusammenhang ist ja auch das sogenannte nordische Modell, das erstmals 1999 in Schweden eingeführt wurde. Dabei werden die Zuhälter und auch die Freier kriminalisiert, aber nicht die Prostituierten selbst. Das wird auch im Moment in Deutschland diskutiert, ob man hier auch diesen nordischen Weg einschlägt. Es gibt viele Gegner, aber auch Befürworter. Wie sehen Sie das als Expertin? Würde dieses nordische Modell den Frauen tatsächlich helfen? Also ich sehe ganz klar, es ist Handlungsbedarf. Ich hatte die Hoffnung, dass sich auch schon durch das Prostituierten-Schutzgesetz was verbessert. Letztendlich ist die Lebenslage der Frau weiterhin extrem prekär. Wir haben eine sehr große Armutsprostitution. Von daher bin ich ganz klar für das nordische Modell und wünsche mir da auch ganz klare Signale vonseiten der Politik. Denn wir wissen, klar, ein kleiner Teil arbeitet möglicherweise selbstbestimmt und freiwillig. Aber die größte Anzahl der Frauen, die sind wirklich unter Zwang in diesem Milieu tätig. Von daher muss jetzt ein Verbot her. Nur inwiefern kann das dann helfen, wenn zwar die Freier und die Kunden kriminalisiert werden, aber die Prostituierten an sich nicht? Also wie kann das dann, wie läuft das dann ab, so was? Ziel soll ja sein, dass nicht die Frauen kriminalisiert werden, sondern dass natürlich dann auch parallel zu dem Verbot, dass es Ausstiegsprogramme gibt, begleitende Hilfen, dass auch natürlich der Menschenhandel aktiv bekämpft wird vonseitens der Kriminalpolizei. Also dass man diesen Nährboden, den wir einfach haben in Deutschland, insbesondere seit der Legalisierung und EU-Grenzeröffnung durch Rumänien und Bulgarien, das muss einfach unterbunden werden. Und da braucht es einfach auch spezielle Ausstiegsprogramme. Und Ziel soll sein, nicht die Frauen zu stigmatisieren. Vielen Dank, Frau Wege, für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute von Lichtblicke, dem Magazin für Lebensfragen. Wenn Sie mehr über das Projekt Amalie wissen möchten oder es sogar vielleicht unterstützen möchten mit Ihrer Spende, dann gehen Sie auf die Webseite www.amalie-mannheim.de. Alle unsere Sendungen von Lichtblicke finden Sie auf unserer Seite www.erb-mediathek.de. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns auf� flattern. Wir sehen uns auf der nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.